Vielleicht ein Kompass schnitzen, der auf die Karte draufpasst, auf eine Vorzeichnung auf der Karte? Ja, mit einem Südweiser. Ein Südweiser, aber keine schlechte Idee. Doch, dann brauchen wir noch einen Mechaniker, oder? Sonst funktioniert das nicht mit dem Südweiser. Ja, er muss ja nicht funktionieren, das soll eher ein Kunstwerk sein. Ich möchte die Herren daran erinnern, dass die Aspekte des Preils Licht und Wahrheit umfassen. Wie wäre es mit einem Spiegel? Seid ihr denn ein Spiegelmeister? Nun, soweit ich weiß, benötigt man nur eine gewisse alchemistische Substanz, Glas und eine metallische Einfassung. Also, bestellt ihr euch zur Verfügung, dies herzustellen? Das ist sehr schön. Ich habe keine Ahnung von Alchemie. Also, ich bin auf alle Fälle noch mit dem Lichtelixier beschäftigt, das kriege ich nicht auch noch hin. Tut mir leid. Steht sonst noch etwas auf der Liste? Oh ja, das Lachen der Seele findet einen Menschen, der frohen Herzens auf alles, auf alles Derische verzichtet und sich lachend den Göttern anvertraut. Ich brauche einen Anzeigeweiten. Gut, das war einfach. Nein, das ist nicht einfach. Alles Derische umfasst. Alles Derische. Habt ihr von Schelm gehört? Soweit ich weiß, sind Schelme auch materialistisch. Oh, wenn wir jetzt noch von Schelm anbringen, ich glaube nicht, dass das... Jetzt haben wir schon zwei Magier. Fehlt noch, dass irgendwie eine Hexe hier neben uns steht. Bei Praeus nicht. Aber so viele Hexen gibt es ja gar nicht. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Möchtet ihr einen Schluck Honig oder so? Ja, bitte. Ich hole was. Danke. Holt Honig. Vielleicht ein Einsiedler, der sich freiwillig zur Götterfindung in die Wälder zurückgezogen hat, und dort nur mit dem Nötigsten lebt, um sich seinen Göttern näher zu fühlen. Selbst das Nötigste ist nach Derisch. Und wie das habt ihr von Priesternschaft von Xelidon gehört? Wird ja theoretisch passen auf diese Beschreibung. Da bin ich wieder, ich habe den Honig. Der Name fällt hier zum zweiten Mal. Vielleicht können wir das gerade kombinieren, oder? Vielleicht pilgern diese Priester zu diesem Gemälde. Nun auszuschließen wäre es nicht, aber wir müssten nach Tiffuse. Und ich denke, innerhalb von zehn Tagen schaffen wir das nicht, wenn wir nicht, wortwörtlich, fliegen können. Und wer kann schon fliegen? Richtig. Ich habe gehört, Echsen können das. Echsen? Könnt ihr das vielleicht, ähm, werte Magier? Mir ist erkannt, dass das Transversal ist nicht bekannt. Ich bin sehr bodenständig ausgebildet worden. Fliegen gehörte nicht zu meinen Ausbildungsschwerpunkten und wurde auch nicht ansatzweise angeschnitten. Es würde ja vielleicht reichen, einen Boten zu schicken oder sowas. Das muss natürlich sehr überzeugend sein. Der wird immer noch nicht rechtzeitig da sein. Das hilft überhaupt nichts. Vielleicht sollten wir erstmal eine Nacht über diese Sachen schlafen. Oder steht noch etwas auf der Liste? Steht noch was da? Nein. Nein, das war das Letzte. Vielleicht ja auch wohl. Naja, was heißt das Letzte? Also die ganzen Sachen hier vorne habe ich ja schon. Sie blättert zwei, drei Seiten weiter. Oder Vitriol, Silberstaub, Bernstein, Adlerfedern. Das war ganz schön schwer zu beschaffen. Vor allem das Gold. Aber, hey, wie gesagt, den Rest gebe ich euch dann. Aus Paranienblätter. Also lasst mich hier nochmal kurz zusammenfassen. Ich denke, wenn ich es verstanden habe, habt ihr es auch. Ein Kind, also ein Mensch ohne Sünde. Wir sollen die Vergänglichkeit überwinden und etwas Ewiges schaffen. Und wir sollen ein Kunstwerk oder ein Kunstgegenstand erschaffen. Braios Abbild wieder, dass Braios Schönheit widerspiegelt. Und das Letzte war jemand, der auf Allästerische verzichtet und froher Natur ist. War das alles? Reicht das nicht? Also, natürlich reicht es, aber... Ach ja, und wir sollten noch das Antidenarium... Ne, das Ehrlicht haben wir ja schon. Da war sie ja ganz fleißig. Genau, etwas von dem Feind von Braios. Was wir hoffentlich mit dem Amulett erledigt haben. Da fällt mir was ein. Es gibt hier im Norden eine Tagesreise von hier. Gibt es eine alte Ruine. Ich glaube, da soll es spuken. Vielleicht finden wir da was. Ja, das war auch meine Idee. Ich habe gerade nochmal die Gedanken über Braios herrliches Kunstwerk überdacht. Vielleicht ist es ein Gesang oder eine Liturgie, die seit langem verschollen ist. Und die reiner ist als die neueren Übersetzungen. Ich dachte, wenn dort ein Spuk vorherrscht und wir diesem Spuk ein Ende bereiten können, erlösen wir vielleicht eine arme Seele. Was Vergängliches überwinden. Was Ewiges schaffen. Das ist sehr schön. Achso, ihr dachtet, weil der Geist da auf Allästerische verzichtet und vielleicht da rumlacht. Das könnte natürlich noch zusätzlich sein. Ja, oder die Vergänglichkeit des Geistes oder des Spuks überwinden und mit dem Ewige, also das Ewige ist dann die Seele, die in Borons Hallen einzieht. In der Tat. Zudem wäre es ein guter Gefliege, Quiste. Einziger Punkt ist die Braios-gefällige Kunst. Vielleicht haben wir Glück, die Wand ist eine Liturgie geschnitzt. Also wie geht es morgen weiter? Also wir können jetzt heute Abend noch den Tag übersingen. Und dann geht es morgen wohin? In die Ruine. Das sehen wir, wenn es morgen graut. Eine Idee hätte ich noch. Könnte einer oder könntet ihr nachschauen, ob vielleicht die Geburt eines Kindes bevorsteht im Dorf? Also Neuzolln ist, glaube ich, eine Ruine. Wir könnten mal gucken nach Erheim oder nach Holtholz oder nach Holderhof. Wer können wir auch noch schaffen? Wenn wir sowieso eine Einrichtung von Covinstein ziehen, können wir auf der Reise durch den Kadenwald gehen oder so. Vielleicht ist da irgendeine Bäuerin oder eine Handwerkerin. Ja, das ist die Ruine, wo es spukt. Da war der schwarze Drache. Über diese Ruine gehört. Gut. Der Covinstein ist bei Perz, wenn man nach Werheim will. Da muss man dann ein bisschen nach links abbiegen. Da liegt es dann im Markenforst. Ich erinnere mich. Wir sind im Trost daran vorbeigezogen. Was für im Trost dann? Ihr erinnert euch doch, als wir in Werheim agierten. Ach, natürlich. Ihr meint die Schlacht im Lodern und Leuchten. In der Tat. Ja, normalerweise meidet man den Covinstein, weil er verflucht ist. Aber wie gesagt, das ist ja vielleicht unser Glück. Wenn wir da einen Geist finden, dann können wir einen Feind besiegen. Vielleicht finden wir noch eine Trophäe. Und vielleicht ist da auch sowas wie ein Geist. Passt das denn? Ein Versuch ist das wert und wir können noch ein Kind fragen. Vergängliches Überwinden. Sind Geister denn über... Nee, wir haben den Tod überwunden, oder? Nee, aber das ist nicht vergängliches Leben überwunden. Leben ist vergänglich. Und was heißt ewiges Erschaffen? Nun, er geht ewiglich in Boronshagen ein. Das ist klug. Stimmt. Er kommt ja nicht erstmal ins Totenreich und dann werden seine Taten gewichtet. Und dann kommt er entweder nach Alvaran oder... Nun, er bleibt im Totenreich. Vor die Seelenwaage muss er sich natürlich stellen, aber das ist ein Teil des Prozesses. Und wenn er erlöst ist... Vielleicht schenkt ihm Zauber ein neues Leben. Und wie ist dann der Geist oder der erlöste Geist anwesend bei dem Ritual? Nun, wir erlösen den Geist beim Ritual. Ach so? Das wäre zumindest mein Vorschlag. Vielleicht ist das auch keine Anleitung an sich von Zutaten, sondern eine Aneinanderreihung von Zufällen oder Geschehnissen, die entstehen müssen, bevor wir es brauen können, jenes Elixier, was ihr in Betracht gezogen habt. Es ist eine Art von Prophezeiung. Zu einer Schnitzeljagd? Oder so. Ich werde damit sagen, meditieren. Okay, dann würde ich sagen, jetzt können wir eh nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, wir singen. Vortrefflich, vortrefflich. Ich schlage vor, ihr singt und ich werde meditieren. Ich wäre keine große Hilfe. Meine Dissonanz würde nur für allgemeine Erheiterung sorgen und ihr könntet euch nicht weniger konzentrieren. Ich spreche nochmal mit den Klostervorstehlen. Vielleicht können wir euch dann eine Zelle neben Priodur oder sowas geben. Dann bestimmt noch was frei. Habtank. So könnt ihr den restlichen Tag noch einmal beratschlagen über das weitere Vorgehen in den nächsten 10 Tagen. Eine Quanions-gefällige, Braios-gefällige Queste, die sich jetzt gemeinsam mit eurer Hilfe anbahnt. Zellen könnt ihr selbstverständlich bekommen und noch etwas mit der guten Rösterknecht anfangen zu singen, zu üben. Möchtet ihr am heutigen Tag noch etwas tun? Ja, ich würde gerne einmal mit Ado und einmal mit Havigor sprechen. Getrennt? Ja. Dann fangen wir einfach mal an mit Midaus. Ado, auch ein Wort? Ja. Nun, seht ihr eine Möglichkeit, wie wir schnell nach Tifusen kommen könnten? Hm. Also. Es gäbe Möglichkeiten, schnell nach Tifusen zu können, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass es 10 Tage zu wenig sind. Hm, das ist bedauernd. Schlafen muss man auch noch. Und wenn, würde, würden nur wenige Personen nach Tifusen kommen, um genau zu sein, einer. Würde reichen, wenn eine Person nach Tifusen käme und das wäre ich, aber wahrscheinlich ist das nicht möglich. Ganz genau. Hm, ich verstehe. Nun, dann hat sich meine Idee leider erledigt, aber vielleicht ein anderes Mal. Ich schätze eure Fähigkeiten dann doch sehr groß ein. Seid bloß still gegenüber den Leuten hier. Ich habe selbstverständlich nicht vor, irgendetwas zu verraten. Du weißt, Sechsens Wege sind geheimnisvoll. Und, wie das, wenn du vorhast, Tralga zu dem Schwert zu befragen, lass es bleiben. Nun, Sechsens Wege sind geheimnisvoll. Ja, und dann würde ich genau das machen, nämlich zu Tralvior gehen und ihn ein bisschen wegen dem Schwert ausquetschen. Ja, fragen wir vorher. Geron, möchtest du noch irgendetwas tun und mich mit jemandem unterhalten? Ich würde mich zu den Handwerkern gesellen und mein Schnitzwerkzeug auspacken und helfen, den Tempel, die Wehrfeste, weiter zu restaurieren mit den wenigen Stunden, die ich hier verbringe. Das heißt, du möchtest denn mit Holzbearbeitung das Ganze so ein bisschen, also willst du schnitzen oder willst du helfen beim Aufbauen? Ich würde schnitzen, denn es Aufbauen, das ist für die Handwerker gedacht. Ja, gut. Das sind nicht meine Qualifikationen, da kenne ich. Ja. Dann kannst du während einer Pause, setzt sich dann irgendwie zwei, drei Handwerker zu dir, total verschwitzt, packen dann irgendwie ihr Brot aus, was sie dann nach und nach essen, irgendwie so ein Bier, was sie von der Preisekirche bekommen haben. Und würden dir tatsächlich auch so ein bisschen Anleitung geben und ja, helfen zwar selber nicht mit, aber sagen, dass du das Messer ein bisschen anders halten sollst, dass du hier und da noch ein paar grobe Fehler machst, die noch ausgebessert werden können und dass du öfter mal pusten sollst, damit die, das Schnitz, Überreste, die, die Späne dann so ein bisschen deine Sicht nicht blockieren. Ja, ich bedanke mich höflich und würde dann versuchen, für die beiden, die sich zu mir gesetzt haben, kleine Pryos-Amulette zu schnitzen, die ich ihnen dann am Ende des Arbeitstages schenke. Ja, sehr gut. Dann, äh, ich fragte vorher nochmal, Adu, hast du selber was vor? Näh. Näh. Bist du einfach nur froh, dass dich bisher keiner als Hexter geoutet hat, ähm, Nieders möchte weitergehen. Pryo, du hast du selber was vor? Natürlich am Ende des Tages würde ich natürlich den preisüblichen Sonnendank zur untergehenden Sonne sprechen und vollziehen und mich dann in meiner Zelle zur Klausur zurückziehen, äh, um Preis, um Klarheit und Wahrheit zu erbitten, zu erfliehen. So soll es gelingen. Ausgezeichnet. Bist natürlich eingebunden in das Klosterleben und freust dich, dass du hier deine Verpflichtung, aber eben auch dein, naja, es ist ja eigentlich auch dein Wille, Pryos zu dienen, dass du dem ganzen so ungestört nachgehen kannst. Auch wenn dich jetzt die junge Rösserknecht so ein bisschen von den Pflichten abhält, aber, naja, gut, eine neue Pflichte, die dir aufgegeben worden ist von der Abtei. Pryos will das so. Pryos will das so. Pryos will das so. Warum möchtest du was tun? Ich hatte vor, Lumin Rösserknecht darum zu bitten, mir Gesangsunterricht zu geben. Lumin Rösserknecht, ja, ähm, sie wird natürlich so ein bisschen herum eilen und noch irgendwie Zutaten besorgen, die euch die Zellen weisen und dann kommt sie mit euch zurück, äh, zu dir zurück. Und wenn ihr selber nicht, äh, ja, also diejenigen, die mit ihr singen wollen, können das bei ihr lernen oder, ja, was heißt lernen, also einfach üben. Da bin ich auch dabei. Gut. Dann könnt ihr zumindest zu dritt sitzen, bis dann irgendwann, äh, völlig verspätet, Midas wieder hinzutritt, der darauf wartet, dass es eine kleine Gesangspause gibt. Ähm, Lumin Rösserknecht wird noch ein bisschen Honig rumreichen für eure Stimmen und in der Pause kann sich Midas dann zu Travigo gesellen. Ja, der Honig ist gut, ähm, äh, ist ein bisschen anspruchsvoller als die Lieder, die ich, äh, von der Travia-Kirche kenne. Nun, alle meine Gänzchen. Ein wundervolles Lied. Es, äh, erfüllt mich immer wieder mit, äh, einem inneren Herdfeuer, dieses Lied zu hören. Ja, das ist doch was Gutes. Schaut einmal, der Mond ist schon aufgegangen. Wollt ihr vielleicht zusammen mit mir beten, dass Fex über unsere Unternehmung lacht? Äh, Fex, ähm, ja, also gut. Warum nicht? Dann kommt die Unterstützung aller Götter gebrochen. Dann kommt doch in meine Zelle. Und, ähm, ich würde ihn hereinbitten, mich dann mit ihm zusammen auf den Boden setzen. Herr Fex, Herr der Sterne, Wächter des Mondes, unterstütze uns auf unserem Pfad. Und, äh, bewähre uns Glück, sodass wir im Namen deines Bruders, dem Herrn Prajos, Rechtes tun. Kavigor, nun ihr. Ähm, darum bitte ich auch. Im Namen der Travia. Und den Namen des Prajos, Namen des Fexes und den anderen Neuen. Ich gucke Fragen zu Midas. Hier, äh, ich mache mir Sorgen, Kavigor. Ich bin ein wenig besorgt auf der Umstände und vielleicht könnt ihr mir ein wenig Erleuchtung verschaffen in diesen dunklen Zeiten. Nun, ich, äh, fand das auch relativ anspruchsvoll. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie wir, äh, auf die Schnelle einen Feind des Prajos auftreiben können. Oder, oder dieser Lachende, der da, ähm, von allem Dieres abschwört. Hm, ich verstehe, ich verstehe. Ja, das, ähm, ist aber nicht alles, was mir Sorgen bereitet. Ich sprach von einem Feind, der euch angegriffen hat. Äh, nun, welchen meint ihr im Besonderen? Wir sind, äh, in der Wildermark natürlich, äh, viel unterwegs gewesen und da haben uns einige angegriffen. Nun, im Kontext von Bandstrahlern ist dies, glaube ich, äh, aufgekommen und, äh, da wir ja jetzt in einer Prajos-gefälligen Queste unterwegs sind, wäre es wichtig, darüber Bescheid zu wissen, gerade für mich als Geweihten. Äh, ja, richtig. Wir waren auf einer weiteren Queste unterwegs, wie gesagt, ähm, von der Burg Auralet aus und, ähm, ähm, äh, eine andere Gruppe waren die Bandstrahler, die angegriffen wurden. Nun, und ihr wurdet auch angegriffen? Ja. Oh, das ist ja furchtbar. Äh, ich bin froh, dass es euch gut geht. Das wäre doch ein großer Verlust gewesen, werdet ihr zu Schaden bekommen. Aber was ist so wertvoll, dass man eine Gruppe wie euch oder gar Brandstrahler angreift? Äh, das, das würde ich euch gerne erzählen, Herr Midas, aber, nun, äh, zumal wir hier bei, ähm, äh, bei einer Kapelle zum, zum Herren der Wahrheit sind, aber, ähm, nun, Ado ist ein guter Freund von mir und, ähm, er hatte Einwände und er hat meistens, äh, die besseren Ideen als ich und, ich denke, er wird seine Gründe haben. Wir, ähm, wir sollten, wir sollten ihn befragen, ob er, ob er was dagegen einzuwenden hat, dass ich euch davon erzähle. Nun, wenn ihr mir nicht davon erzählen wollt, ist das selbstverständlich in Ordnung. Denkt aber daran, dass ich ein Gewalter bin, insbesondere einer des Herren der Geheimnisse und dass es als solcher meine Pflicht ist, wichtige und wertvolle Geheimnisse zu sichern. Und dennoch, ähm, also meine Achtung vor euch ist groß, aber dennoch siegt, äh, meine Freundschaft zu Ado. Ich kann euch nichts über dieses dämonische Schwert sagen. Hm, ihr müsst mir gar nichts über dieses dämonische Schwert sagen, es wäre viel zu viel verdankt. An dieser Stelle, ähm, möchte ich euch auch nicht in, ähm, unangenehme Situationen bringen. Ähm, aber dieses dämonische Schwert ist nicht in die Hände des Feindes gefallen, oder doch? Äh, also, ähm, wie gesagt, ähm, Also, das werde ich weder, äh, verneinen, noch werde ich es abstreiten. Verstehe. Wir sollten das mit Ado klären. Nein, ich möchte euch wirklich nicht in, äh, unangenehme Situationen bringen, sodass ich zwischen dir und Ado stehe. Ach, alles gut. Travigor, es ist mir immer wieder ein Vergnügen, mit dir über Travia zu reden. Wenn du noch, ähm, weiß nicht, ein, zwei Worte zum Abendmahl für uns hättest, wäre sicherlich sehr erleuchtend. Ähm, natürlich, da, da, da wird sich schon, und da wird mir schon was einfallen. Ah, wunderbar. Ja, und dann gehe ich bestens gelaunt. Ja, der Ado ist auch, äh, gut gelaunt, dass er, ähm, seinen Freund Ado nicht hintergangen hat und nichts, äh, rausgerückt hat. Als du die Tür aufmachst, kannst du sehen, wie Ado dort steht. Ah, hallo, Ado. Wir haben gerade, äh, über dich geredet. Ähm, nur das Beste natürlich. Geht nochmal rein. Und schließt die Tür zu. Oh. Ich lasse euch dann alleine. Nein, 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 hierbleiben. Na gut. Ja, dann, äh, kommt mal näher, kommt mal näher. Ja, möglichst leise, sodass es niemand hört. So, ähm, wie ihr beide wisst, habe ich jetzt, ja, um es ehrlich zu sagen, die Bahnstrahler können mich mal kreuzweise. Travigo, erzähl, was mit dem Scheißschwert ist. Ja, ich soll ihm. Erzähl, was mit dem Scheißschwert ist, was die Bahnstrahler wollen können. Die können mich mal kreuzweise. Ich war ein ganzes Leben lang genervt. Ich habe mich genervt. Nun, also, Travigo, erzähl mir von dem dämonischen Schwert. Äh, also, na gut, ähm, das, woher wisst ihr das? Ähm, jedenfalls, äh, na gut. Wir, wir hatten den Auftrag, dass ein dämonisches Schwert, ähm, nun, das hat sich dann erst hinterher herausgestellt, wir sollten eigentlich erst eine, eine Truhe, in dem das Schwert verschlossen war, ähm, nach Gareth bringen. Und, ähm, Nun, es handelte sich um ein dämonisches Schwert mit dem Namen, äh, ja, äh, und wir wurden von irgendeinem Wesen namens Morodal oder so ähnlich angegriffen. Wir haben, äh, den Fluss überquert und, äh, dort wurden wir angegriffen. Die, die anderen sind geflohen. Ich blieb standhaft und, äh, habe, äh, nun, vielleicht war das auch nicht besonders klug, aber ich habe mein Bestes, äh, versuchte, das Vieh aufzuhalten. Du warst habscham. Und, naja, unsere Truhe war leer. Es war, ähm, eine Täuschung. Äh, aber das Vieh hat wohl die Bandstrahler getötet, die, das richtige Schwert dabei hatten. Götter werden es wirklich vergelten. Eure Standhaftigkeit wird belohnt werden, Travigor. Und ihr hattet eine leere Truhe transportiert. Ja. Und seitdem hassen uns diese Wichser. Weil wir anscheinend ihren Plan durchkreuzt haben, wo wir genau das gemacht haben, was wir von uns wollten. Also, naja, äh, diese, die Bandstrahler hassen uns. Diese beschissenen Bastarde. Ich kann die bedankenlose Fanatiker gegenüber die Bandstrahler in einigen Punkten durchaus teilen. Mir ist unlängst ein ehemaliger Bandstrahler über den Weg gelaufen. Er wird seinen Weg in einen anderen Glauben. Was macht er jetzt? Oh, er ist, ähm, auf der Seite des Herren Fakes. Ah. Interessante Wandlung, nicht wahr? Das ist wirklich interessant, ja. Ja. Du sagst jetzt sowas wie Albuin oder so ein Blödsinn. Oh nein, er war Anhänger von Albuin. Nein, er war nicht ernsthaft Albuin. Wie blöd kann man eigentlich sein? Mhm. Ich denke nicht, dass er als, äh, Feind des Praios bezeichnet werden kann, oder? Nein, aber ich glaube, deshalb hat er mit den Praioten gebrochen und sich dann dem Herrn der Nacht angeschlossen. Er wollte sogar seiner Frau sein Schwert stehlen, aber das habe ich ihm ausgewählt. Ja, es ist, ähm, naja, ein, ähm, verwirrter Mann, aber ein guter. Nach einer glücklichen Ehe. Ich weiß nicht, ich habe seine Frau nie kennengelernt, aber er schien verzweifelt zu sein. Mhm. Naja, wir sollten zu Bett gehen. Ja, ich glaube. Aber Midas, du warst damals dabei, ne, warte mal. Boah, ich bin mir nicht mehr sicher, warst du damals in der Blutkerbe dabei? Nein, das war jemand anders, nicht wahr? Boah, ich komme schon ganz füreinander mit den ganzen Sachen. Auf jeden Fall, du hast doch bei der, bei der Schlacht, ähm, gegen den, gegen den schwarzen Drachen ein paar von den Helden kennengelernt. Ja, einige. Vielleicht kannst du ja deine Kontakte dahin gehend aktivieren, dass die Bescheid wissen, was mit dem Schwert los ist. Das könnte ich wohl machen. Ich hätte da schon eine Person, die ich gerne einmal wieder schreiben würde, sagt er und dreht dabei einen kostbaren Ring an seinem linken Ringfinger um. Nun, ja, ich werde den Helden schreiben. Ähm, dazu muss gesagt werden, dass wir eigentlich, nun das, eigentlich nicht weitererzählen sollten, ähm, das haben wir der Prajuskirche oder weniger versprochen. Nun, aber ihr erzählt das ja auch nicht weiter. Wenn ich nicht wüsste, dass es ein gefährliches Wissen ist, dann würde ich es von den Dächern schreien. Ich hoffe, ihr könnt euren, äh, Freunden vertrauen. Nun, keiner ganz bestimmt. Na dran. So könnt ihr wieder in eure Zellen gehen und nächtigen, die Geschehnisse des heutigen Tages noch einmal verdauen und Pläne spielen für den nächsten Tag. Pläne spiel und nan